Die Company Willkommen zu der Story! Wir sind bereit oder fangen gerne an? Wir sind immer bereit. Okay. Hat die nicht mehr losgelassen, weißt du? Jetzt frage ich euch, ob ihr an Exorcismus glaubt. Hat er gesagt, machen wir. Aber nur, wenn er sich diesen Finger auf seine linke Hand, diesen Finger abhat. Also der hat jetzt immer keinen Finger mehr? Der hat jetzt keinen Finger mehr. Dieser Finger ist weg. Wirklichkeit und Fantasie liegen oft sehr nah beieinander. X-Stories Präsentiert von Die Company Okay und Cut. Was geht da, Freunde? Was geht? Und willkommen wieder mal zu einer neuen Folge von X-Stories! You know what it is? So, Freunde. Yeah! Die Folge macht mir echt langsam Spaß, muss ich sagen. Es ist geil. Und spannend für euch. Spannend, vor allem auch für die Zuschauer ist es sehr, sehr, sehr spannend, herauszufinden, ob die Story war oder reiner Bluff ist. Okay? Und ja, wir haben so einige Stories schon gehört. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, checkt das ab auf jeden Fall in den Folgen davor. X-Stories Format. Einer von uns erzählt eine Geschichte. In dem Fall bin ich das heute. Die anderen spielen Jury und entscheiden am Ende der Folge, am Ende der Geschichte, ob die Geschichte oder die Story war oder reiner Bluff ist. Und ihr müsst natürlich das Ganze mit erraten. Es kann tragisch sein. Es kann sehr horrorlastig sein. Es kann alles möglich sein. Und es kann sein, dass es ein reiner Bluff ist. Es kann aber auch sein, dass es wahr ist. Ich glaube, ich und John machen das Ding heute. Oder ich werde dich zum Bluffen bringen, Digga. Ihr könnt alles hinterfragen. Ihr werdet auch, ihr Zuschauer, die gerade gucken, ihr werdet in mir nicht durchdringen können. Ihr werdet mich nicht durchschauen können. Weil ich ein Geist bin, Digga. Astagallah. Astagallah. So, willkommen zu der Story. Oftmals fragen wir uns, ist der Eimer halb voll oder halb leer? Werden wir die Wahrheit jemals erfahren? So, jetzt frage ich euch beiden, ob ihr jetzt für meine Story bereit seid. Wir sind bereit, Bruder. Wir sind alle bereit. Okay. Alles klar, dann werde ich mal direkt anfangen. Und zwar, wie ihr wisst, wie die meisten von euch wissen, komme ich ursprünglich aus Algerien. Und jetzt erzähle ich euch mal eine der Geschichten, die ich dort erlebt habe oder die ich durchlebt habe. Und zwar habe ich dort in Algerien einen besten Freund gehabt. Mit dem bin ich aufgewachsen. Der hat bei mir in einem Gebäude gewohnt. Seine Mutter war ähnlich wie meine Mutter. Weißt du, so mehrere Nachbarn, mehrere Familien. Wir sind so, waren wir alle wie eine Familie. So, waren auch, sind zusammen in die Schule gegangen. Also nicht in der selben Klasse, Parallelklasse. Und so weiter und so fort. Und jetzt frage ich euch, ob ihr an Exorzismus glaubt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Abtreibungen, Geister und Abtreiben und solche Sachen. Geister, Besessenheit und so weiter. Ja, ich glaube daran. Ja, okay. Auf jeden Fall tendiert die Story. Also wenn ihr Angst vor sowas habt, solltet ihr diese Story auf jeden Fall nicht hören. Wenn es euch nichts ausmacht, könnt ihr sehr gerne dabei bleiben. Weil es wird auf jeden Fall, es ist nämlich sehr, sehr ernst das Thema. Also diese Geschichte. Ist gut. Oder wahre Begebenheit meines Erachtens. Also, mein bester Freund. Ich war mit dem Tag und Nacht unterwegs, ja. War so der schlauere Kopf von uns beiden, ja. Also der war schlauer als du. Der war schlauer als ich. Also ihr wisst, wie schlauer ich bin. Aber er war halt noch ein Tick größer. Ein Tick schlauer. Also sehr, sehr schlauer. Auf jeden Fall, wie dem auch sei. Der war halt immer mein Vorbild. Egal was ich gemacht, der hat mir jetzt sehr vieles beigebracht. Das, was ich jetzt heute kann oder so diese, ne, hab ich von dem. Oder vieles von dem abgeguckt. Auf jeden Fall, der war halt ein sehr, sehr schlauer Junge. War immer unterwegs. Ähm. War wie gesagt, der war in meiner Parallelklasse und so weiter und so fort. Bis es eines Tages, ne. Eines Tages fing der an, komisch zu werden. Ja. Egal wo. Seine Mutter hat das gesagt. Und so weiter. Aber ich war der Erste, der das mitbekommen hat. So, er fing an mich Sacki zu nennen. Sacki, Zakaria. Das ist die Abkürzung von dem Namen, Zakaria. Ich heiße aber Younes. Und der hat uns irgendwie, wie wenn ich Jordan sage, der fing an mich Sacki zu nennen. Ich hab mich dann irgendwann gewundert. Ich dachte mir, der macht Spaß oder was hat er jetzt neues Wort und so. Kennst du so, Umgangssprache und dann Sacki zu nennen. Ich sag, was laberst du? Dann warst du Sacki. Ich dachte, du bist doch Sacki. Ich denk mir, was laberst du Bruder? Bist du behindert oder was? Und dann so einfach überspielt, so weißt du. So war Kleinigkeiten, wo wir abgehangen haben. Hat er so ein paar Sachen gemacht, die einfach nicht er war, so weißt du. Und seine Mutter hat das auch mitbekommen, dass er zu Hause was Sachen gemacht hat, die komisch waren. Hat das meine Mutter erzählt. So, was ist los mit ihm? Ich so, keine Ahnung Mama. Kein Plan. Was hat er denn noch gemacht? Was hat er denn gemacht, Bruder? So sein Verhalten so draußen, weißt du. Der ist eigentlich sehr respektvoll gewesen. So teilweise manchmal Respektlosigkeit. Also du hast ihn einfach nicht mehr wiedererkannt. Genau. Gegenüber anderen Menschen. So sein Verhalten. Wir waren einkaufen Bonbons oder so. Hat er komisch mit den Menschen geredet. Hat manchmal Sachen einfach genommen, so. Das war nicht seine Art, weißt du. Der war sehr respektvoll, sehr höflich. Egal. Auf jeden Fall. Dann ging es immer weiter und weiter. Keiner wollte das wahrhaben, bis er irgendwann auch in den Schulen seine Notenkatastrophen kam. Das waren Einserschüler. So. Bis da irgendwann eine Lehrerin hat den. Weil bei uns in Algerien damals hat man die Schüler geschlagen, wenn du Fehler gemacht hast. Mit so einem Stock, weißt du. Das war bei uns normal. Genau. Finger, Stock. Dann hat eine Lehrerin angegriffen. Hat die so gebissen, dass er fast, hat die nicht mehr losgelassen, weißt du. Dass er fast das Fleisch abgerissen hat. Voll geblutet und so, weißt du. So. Mit Direktorin war kurz davor die Schule, die wollten ihn suspendieren, also von der Schule rausschmeißen. War ein riesen Theater. So. Auf jeden Fall ging das halt so weit und immer weiter. Und wir wussten, seine Mutter war fix und fertig. Kannst du dir vorstellen. So meine Eltern ja auch. Wir waren ja alle Nachbarn, wir waren alle fassungslos. Vor allem für mich. So war es halt sein bester Freund. So. Bis meine Mutter dann so weit gegangen ist, dass es mir verboten wollte, mit ihm abzuhängen und so weiter. Aber das war halt mein bester Freund. So. Ich konnte das einfach nicht wahrhaben. Und dann kam eine Sache, wo die ganze Nachbarschaft verwundert war, was da passiert ist. Du musst dir vorstellen, das sind Gebäude und bevor du reingehst, im Haus sind ein Vordach, aber dieser Vordach ist aus Beton und der ist hoch. Das ist eine Tür. Du musst dir vorstellen, der Eingang, so breit, sag ich mal vier Meter breit, ist eine Tür, Metalltür zum Gebäude und da ist ein Vordach aus Beton, so kein Plastik oder so. Und dann geht das nochmal zwei Meter und dann fangen Fenster vom Flur aus. Eines Tages kommen wir, äh, kommen wir, sag ich, äh, Geschreiter, die ist das, kommen alle runter. Der war auf dem Vordach, keiner weiß, wie der da hinkam. Dann kommen wir alle runter, voll schrocken, ne, war so 19 Uhr, 19 Uhr war das, circa so. Was heißt 19 Uhr? Ja, ungefähr 19 Uhr, aber so leicht, nicht dunkel, aber so. Geht gerade Sonne runter. So. Und wir waren alle fassungslos. Klar, die Nachbarschaft, nicht jeder wusste, was der hat, aber wir waren halt verwundert. Wir wussten ja ungefähr, was los ist, wir waren erfassungslos, dies, das. Dann kam ein Nachbar, unser Nachbar hat einen riesen Leiter geholt, hat ihn runter geholt. Wie ist der Junge da hochgekommen? Das war wirklich Maximum, Bruder, wir waren alle, wir waren, das war dann so die Phase, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist Schluss. So, Psychiatrie einweisen, dies, das, aber jeder wusste, der Junge ist besessen. Weißt du? Mutter am Weinen, Vater erfassungslos, war Feierabend. So. Hin und her, was machen wir? Alles klar, bevor Psychiatrie Sache kommt, müssen wir den irgendwie, ne? Es gibt die Abtreiber, haben wir gehört, dies und den ist. Alles klar. Überall telefoniert, hier und da gerannt, dies, das, mein Vater, mein Onkel, der und seine Familie. Mein Onkel hat einen, jemanden gefunden, der ist bekannt, also ein älterer Mann. Dieser ältere Mann ist sehr, sehr bekannt, kommt sehr, der wohnt sehr weit weg. Von dem weiß man, ist ein alter Mann, er kann nicht laufen, aber den hat man in verschiedenen Orten schon gesehen, in Algerien. Okay? So. Wie kam dieser Mann, wie kommt dieser Mann irgendwo weg, irgendwo hin? Weiß keiner. Und er weiß Sachen, die passieren, der hat kein Fernseher zu Hause, nichts. Der hat einfach nur so ein Häuschen, der weiß nichts von der Welt. Wie kommt er an diese Nachrichten? Und er weiß die. Er weiß zum Beispiel, was in anderen Ländern passiert, in anderen Städten passiert. Wie Vorhersager. Zum Beispiel, genau. Sowas wie Vorhersager. Und der ist bekannt. Man sagt, du teleportierst dich, aber das ist so. Also hat der, wie ist er zu euch gekommen? Wir sind zu dem hingegangen, hab ich sage. Also, man kennt ihn. Aber von Weitem. Das heißt, du musst schon Leute fragen, so weißt du. Ältere Fragen, die sagen, der ist das. Geh zu denen hin. Weil es gibt sehr viele Abtreiber und so. Das ist die erste Adresse. So. Weil viele labern auch schnusscheiße. Sagen, wir treiben den Jinn aus dir aus. Hatte der ein Handy oder wie habt ihr den erreicht? Nein, Bruder. Man kennt den von Dörfern und so weiter aus weiter. Die Älteren. Deswegen sage ich nur, die Älteren meistens kennen den. War aus vielen Ecken. War eine harte Arbeit. Auf jeden Fall. Dann, die dann zu denen hingebracht. Mit voller Verzweiflung. Und der musste ihn erst mal abtreiben. Also der musste ihn erst mal, wie sagt man, Jinn, Geist abtreiben. Rausholen, rausholen, ja. Eine böse Dämon aus dem Austreiben. Ich sage die ganze Zeit abtreiben. Nicht abtreiben, sondern austreiben. Also rausholen. Ähm. Wie dem auch sei. Das war ein langer Prozess. Weil die reden ja auch mit dem Dämon und was in dem drin. Der antwortet, der wollte nicht raus. Der hat ein Ultimatum gestellt, dieser Geist. Weil er mit ihm geredet hat. Hat gesagt, okay. Warum? Weil er hat sich mit ihm angefreundet. Also der wollte den, hat sich mit ihm angefreundet. Wollte den halt so, ne. Warte, ich geh nicht raus. Weil viele sagen, der ist rausgegangen, der kommt aber wieder rein in ihn. Weißt du? Dann wird er nie geheilt. Hat er gesagt, machen wir. Aber nur, wenn er sich diesen Finger auf seine linke Hand, diesen Finger abhackt. Dann geht der Jinn raus. Dann wird er komplett vollständig rausgehen. Das hat der Mann gesagt. Nein. Der Jinn, also dieser Dämon hat das zu dem Mann gesagt. Der Mann hat gesagt, so, so, so. Müsst ihr nicht machen. Geht woanders, fragt nach. So, so, so. Die haben das gemacht. Der kam immer wieder. Das war ein Prozess von Monaten. Dann sind die wieder zu ihm gegangen. Und jetzt kommt das krasseste, Bruder. Jetzt musst du dir vorstellen, als Elternteil, als Mutter oder als Vater, ohne ärztliche Hilfe oder sonstiges zuzustimmen, dass der Finger deines Sohnes abgehackt wird, also abgemacht wird. Nur dann, aber, ne. Und die sind so weit gegangen, dass sie den zu dir nachhin gebracht haben und gesagt haben, ja, machen wir. Weißt du? Ne? Und seitdem hatte er auch keinen Finger mehr. Und seitdem war er auch wieder normal. Und ich bin dann auch wieder mit ihm normal. Haben wir normal gespielt. So, als wäre er wieder der Alte gewesen. Also der hat jetzt immer noch keinen Finger mehr. Der hat jetzt keinen Finger mehr. Der hat jetzt keinen Finger mehr. Dieser Finger ist weg. Bis heute immer auch gar keinen Finger mehr. Ja, ne. Der Finger ist rausgewachsen. Natürlich hat er keinen Finger mehr. Ist der Arzt dann also zu euch nach Hause gekommen? Nicht zu uns. Scheiße. Nein, nein. Nicht zu uns. Ich dachte, ich hab den jetzt, Dinger. Nein, nein, nicht zu uns. Ich war ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wie das alles gemacht wurde. Wie alt warst du eigentlich? Wie alt war ich denn da, Bruder? Zwölf. Zehn, zwölf Jahre alt. Das war für mich mit einer der heftigsten Storys, die ich in meiner Kindheit durchleben musste. Eine der heftigsten Storys, die ich in meiner Kindheit durchleben musste. Was mich auch verstört hat, weil du musst dir vorstellen, ich bin ein kleines Kind. Ich verstehe das gar nicht mit Exorzismus und Geister austreiben und solche Sachen. So. Das ist eine kranke Story, Bruder. Und ich glaub schon, dass es... Ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall Storys. Natürlich, man weiß, jeder an der, wie gesagt, wenn man an sowas glaubt, dass solche Storys des Öfteren passiert, dass man besessen ist. Die Frage ist jetzt nur, ist es wirklich bei dir passiert? Das Ding ist, einerseits hat er schon einige Situationen schon detailliert erklärt, ja. Der Typ hat einen Kopf. Aber... Kann auch sein, dass es frei erfunden ist. Das Ding ist... Ja, und der hat schon viele verschiedene Situationen von diesen Typen hat er aufgezählt, weißt du? Aber ich weiß nicht, ich kann es aber irgendwie nicht glauben. Ich kann es... Bruder, die Story kann nicht komplett glauben. Die ist bestimmt irgendwo mal irgendwo passiert. Ich kann sagen, was passiert. Ja, aber dann... Ja, ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, was du meinst. Es geht ja darum, ob die Story war es oder nicht war es. Ja, ja. Deswegen ist ja eigentlich scheißegal. Ihm passiert das oder nicht. Ja, aber ich sage, es ist mir passiert. Ich sage hier nichts. Es ist mir... Das ist mein bester Freund gewesen. Ja, deswegen ja. Sein bester Freund hat keinen... Ich habe einen Punkt. Ich sage, du hattest eine Idee im Kopf, das mit deinem besten Freund vielleicht. Aber das mit dem Finger stimmt nicht. Ich sage deswegen, das ist ein reiner Bluff. Meine Meinung. Stimmst du zu? Ich stimme zu. Okay. Also ihr sagt, seid euch sicher, die Geschichte ist reiner Bluff? Ja. Meine Damen und Herren, die Geschichte ist... Reiner Bluff. Ich wusste das. Bruder. Ich wusste das. Weißt du, warum? Ganz einfach, Bruder. Besessen sind viele, aber das mit dem Finger packen, das hält nicht. Das kann nicht sein. Niemals. Da wusste ich das, Bluff. Du kannst nicht sagen, der soll deinen Finger abschneiden, damit er weg ist. Das gibt es nicht. Das habe ich noch nie gehört. Was haben den Zuschauer geraten? Habt ihr gedacht, die Geschichte ist wahr oder Bluff? Oder ein reiner Bluff? Ich muss eine Sache sagen, Bruder. Du hast wie ein Mann geredet. Ich schaue auf alles, der sagt, Beton 1,40. Und da war sowas. Das meint ich mit Detailliert erklärt. Das meint ich mit Detailliert erklärt. Das meint ich mit Detailliert erklärt. Das krank. Das meint ich mit Detailliert erklärt. Das krank. Bruder, ich dachte, scheiße, der hat mich geknallt. Hab ich die Geschichte krass erzählt oder nicht? Ich schaue auf alles, du hast wie ein Löwe geredet. Sag mal ehrlich. Aber echt krass Story. Wenn die wirklich stimmen, würde krank. Krank. Aber war das wirklich besessen oder nicht? Die komplette Geschichte, Freunde, ist komplett erfunden. Reinerfunden. Mein Kollege war nie besessen. Es war alles komplett erfunden. So, Freunde. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die Geschichte hat euch gefallen. Wer weiß. Das war jetzt mal ein Bluff. Nächstes Mal wird es vielleicht echt sein. Wahr sein. Also, würde ich sagen. Ein Applaus für Yunus. Seid gespannt auf die nächste Folge, auf die nächste Geschichte. In dem Sinne, die Company. Peace out. Au revoir. Mein Name ist Jonathan Jones.